In Snapcore First haben Sie die Möglichkeit, Seiten oder Inhalte unterschiedlicher Art zu teilen oder zu sichern. Sie haben zum einen die Möglichkeit, in der Kategorie Seite einzelne Seiten oder eine Auswahl an Seiten zu exportieren und zu importieren, indem Sie auf Seitenpaket exportieren gehen und auswählen, ob Sie es auf Ihrem eigenem My2BDynavox-Konto speichern möchten, in einer lokalen Datei auf dem Rechner oder zur Freigabe, das heißt an eine andere Person weiterleiten wollen, die es dann importieren kann in Ihrem Snapcore First. Sie können auf My2BDynavox auswählen, dann die Seiten festlegen, die exportiert werden sollen, also die in dem Paket enthalten sein sollen, anschließend auf Weitergehen und auf Exportieren. Sie können nun auf dem anderen Gerät, ein Seiten-Set, auf Seitenpaket importieren gehen, von My2BDynavox auswählen und hier wird dann das entsprechende Seitenpaket angezeigt. Möchten Sie ein ganzes Seiten-Set, also die gesamte Sammlung der Seiten innerhalb dieses Sets exportieren, sichern und woanders wieder importieren, so gehen Sie in den Bereich Seiten-Set. Dort können Sie dieses auswählen und anschließend das Seiten-Set mit der Diskette auswählen, welches Sie gerne sichern und woanders wieder herunterladen wollen. Auch hier haben Sie wieder die Möglichkeit, es auszuwählen und dann auf der lokalen Datei, also auf dem Rechner, auf dem Gerät zu speichern oder auf Ihrem My2BDynavox-Konto. Ich wähle es jetzt aus, gehe auf Speichern. Die Sicherung befindet sich nun auf Ihrem My2BDynavox-Konto und Sie können nun in den anderen Benutzer gehen oder in das andere Gerät, dort auf Seiten-Set herunterladen gehen und hier werden nun alle Seitensets angezeigt. In dem Fall das hier. Das ist der Unterschied zu einem Seitenpaket und einem Seitenset. Das können Sie auswählen und laden und dann ist es dort vorhanden. Die dritte Möglichkeit ist, den ganzen Benutzer zu sichern. Der enthält dann sämtliche Seitensets mit allen Seiten. Gehen Sie dafür in den Bereich Benutzer, wählen Sie Benutzer aus und wählen Sie hier in dem Fall die Diskette und werden Sie hier auf My2BDynavox speichern bzw. in der lokalen Datei auf dem Gerät sichern. Der gesamte Benutzer ist nun als Sicherung auf My2BDynavox gespeichert. Möchten Sie diesen neuen Benutzer auf einem anderen Gerät oder auf diesem gleichen Gerät noch mal duplizieren, können Sie auf neuer Benutzer gehen und in diesem Startbildschirm, der Ihnen auch zu Anfang in Snapcore First erscheint, auf vorhandenem Nutzer wiederherstellen gehen und hier die entsprechende Sicherung auswählen.